Theoretisch müssen rundherum überall solche Trupps rumrennen. Oder die laufen jetzt nur ganz speziell hier rum, wegen dem Heli-Abschuss. Aber das wäre unlogisch, weil die ja nicht davon ausgehen können, dass der Heli abgeschossen wird. Was sind sie, ja? Zielverbesserer? Ah. Kein andermal. Wenn das schiefläuft, liegt es an dir, mein Freund. Es liegt immer an mir. Was ist mein? Ach da. Oh, der hat auf mich gewartet. Irgendwas passiert mit dem. Sehr, Bastard. Das muss man ihm lassen. Ziehen wir es durch. Ist da passiert was mit ihm? Oder er... Quatsch nochmal mit uns. Es zum Abseilen? Ist das jetzt euer Ernst? Die können die Sequenz... Die können die dämliche Sequenz... Nicht mal... Irgendwie... Ah, das ist so abartig. Das ist so abartig. Die können die nicht mal die scheiß Abseilsequenz durchlaufen lassen. Hier brechen wir durch. Mitchell, bring uns rein. Naja, gut. Ich dachte, ich hätte einen Schalldämpfer drauf. Ich dachte, ich hätte einen verfluchten Schalldämpfer drauf. Wir haben das Zielgebäude infiltriert und dringend zum Serverraum vor. Verstanden. Empfangen starken ISA... Boah, das ist immer noch gerade so. Warum? Wie geht das hier mit dem... Wieso ruckelt das so? R-Feed. An den Plan halten. Verstanden. Es geht wieder. Wir könnten jetzt definitiv wieder Daten sein. Nur jetzt die Frage, wo... Oh, guck mal, da steht einer. Oh, ich glaub, ich hab... Nee. Doch nicht. Okay, doch nicht gefunden. Da ist zu... Hier ist noch was, aber... Zumindest momentan gerade keine Daten. Über die Treppe. Ich gebe Deckung. Das ruckelt schon wieder so abartig. Was ist da los? Ich suche immer noch die Daten, die hier sein könnten. Aber... Okay, Jungs. Durchsuchen. Laufwerke, Daten, alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Ablenk folgt. Bereit zum Empfang des Pakets. Nicht das da, Opa. Die beiden da drüben. Bingo. Wir haben das Paket. Übertragung. Ablenk bestätigt. Okay. Nicht das da, Opa. Termin. Hier läuft mehr als nur Biowaffen. Ja. Damit kriegen wir eins. Alles klar? Ja. Paket empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundär. Verstanden. Das ist nicht Termin. Zu mir. Achtung. Zwei, drei. Das ist nicht Termin. 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 Sie haben eben ein Sensornetz aktiviert. Unsere Tarnung ist nutzlos. Okay. Tarnung ist keine Option mehr. Auf Sensoren achten. Sie stören unsere Exos. Los. Mal sehen. Kann man hier irgendwo noch Daten finden? Upsa. Ach, dieses Geruppel geht einem echt auf die Nerven. Und wieder wirft einer die Granate zurück? Oder wir belassen es erstmal dabei? Sensor ist aus. Man kann ihn tatsächlich, der hat ein bisschen mehr Leben als gedacht, aber man kann ihn umbringen. Also den Sensor an sich. Das ist sehr interessant. Ich gehe mal hier lang. Hoppla. Die Baffe sieht interessant aus. Die ist recht lang. Warum? Finde ich schön, dass die Adeln in einer Reihe ankommen. Manchmal ein kleiner Ausfall. Ah, da sind die Daten. Gut, dann können wir ja weitermachen. Hoppla. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, ich habe die falsche Waffe. Deswegen sehe ich nichts mehr. Oh, ich habe keine Munition mehr. Da könnte es liegen. Okay. Könnte ich vielleicht irgendwie... Okay, das war echt heavy. Wow. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Oh, das ist ja einer von uns. Jungs. Jungs. Das macht es einfach mal. Okay. Ding trifft man damit also auf. Das war auch ein Sensor. Manchmal irgendwie eine Waffe haben die... Was ist sinnvoll? Das ist jetzt Zielverbesserer. Ah, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Hm. Mal noch irgendwas hier. Oh, Mann. Oh, Mann. Da war es sicher kreuz und quer und... ...dämlich. Ah, übrigens ist es mal eine ordentliche Bumme. Woa, 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 woa. Den habe ich nicht übersehen. Okay. Eine Sekunde. Ich würde gerade gerne mal... Ah, jetzt... Na. Das wird sich vielleicht ein bisschen beruhigen, wenn ich Glück habe. Okay. Okay. Der war einmal. So, da... Ah, das läuft viel flüssiger. Hm, jetzt weiß ich, woran es liegt. Eigentlich mal an meiner eigenen... ...Schlüsseligkeit. Oder Unbedachtheit eher. Okay. Oh. Oh. Mitchell, Ladung bereit machen. Ist gut. Lass mich doch erstmal meine Munition auffrischen und so weiter. Ist das so gut? Alle raus. Wohin? Da. Oh. Mitchell, legt los. Kingpin, Material ist gesichert. Bereit zur Evakuierung. Primäre Landezone zu heiß. Zu viele Feinde am Himmel. Landezone drei Kilometer südöstlich. Ein T-740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Wird ja immer besser. 600 Schuss. Obwohl, Moment. Hat der andere einen Zielwerbusser gehabt? Jau. 600 Schuss. Kontakt! Naja. Okay. Ah, Mist. Die sind alle Mist. Na, ist genauso schlimm. Ah, who cares. Nehmen wir die Brausengeschütze. Kontakt! Das sind ein paar Abschlüsse. Auch wenn ich nur zwölfmal damit schießen kann. Sollte immer noch gut genug sein. Immerhin habe ich jetzt das Fahrzeug mitten in die Luft gejagt. Also beide Fahrzeuge. Er lebt noch. Dann wird das Fahrzeug mitten in die Luft gejagt. Okay. Okay, die sind hierüber. Okay. Gut, das ist einer von meinen Jungs. Okay, mein Doppelsprung funktioniert. Sprung funktioniert nicht mehr, warum auch immer. Ah, dang it, was sind die denn auch da drin? Doof. Okay. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Okay. 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 Okay.